Hallo zusammen, nachdem wir uns jetzt für die passenden Muskeln und das dazugehörige Blut entschieden haben, wollen wir jetzt ein paar Organe reinpacken. Was ist das Stimme in meinem Kopf, die nur ich hören kann? Wenn wir jetzt schon bei den Organen sind, warum haben wir immer noch ein Skelett ohne Fleisch? Nun, das liegt daran, dass ich nicht unbedingt gehäutete Tiere in den Videos zeigen möchte. Außerdem sahen alle gehäuteten Sauer, die ich gefunden habe, relativ beschissen aus. Also, auf zum Magiesystem. Bei Zauberei gibt es im Grunde zwei Ebenen. Das eine ist das Wie, das andere ist Warum. Also, wie funktioniert die Magie und warum funktioniert die Magie. Und, ich möchte euch vorwarnen, das Thema ist etwas komplex und darum werde ich wahrscheinlich ins Schwafeln verfallen. Um dem vorzubeugen, versuche ich mich kurz zu fassen, aber ich verspreche nichts. Also, fangen wir an damit, wie Magie überhaupt funktionieren kann. Wenn wir mit dem Wie anfangen, fangen wir mit der Grundlage aller Wie's an. Dem Mana. Ob man es jetzt Astralpunkte, spirituelle Energie, Magika, Mana oder was weiß ich wie was nennt. Es ist eigentlich immer dasselbe. Es bezeichnet die Energie, die ein Charakter braucht, um einen Zauber zu wirken. Die Regelmechanik ist dabei eigentlich immer dieselbe. Wir haben einen Magieanwender mit Mana Punkten. Dieser Magieanwender guckt sich seine Zauberliste durch, sagt, ich möchte jetzt mal Magic Missiles verschießen, zahlt die nötigen Mana Punkte und wirkt den Zauber auf sein Ziel. Wenn ihr euch fragt, wie das Ganze mit den Talentproben ablaufen soll, guckt euch einfach das System Video Nummer 3 an für Kampfsysteme und nehmt dasselbe System, aber ändert ein paar Werte. Das heißt, statt einem Rüstungswert habt ihr dann meinetwegen eine Magieresistenz. Statt der Ausdauer, die man bei Vampire hat, nimmt man halt einen Magieschutz. Und bei Savage Worlds hat man keinen Parade, sondern einen Ausweichwert, weil ein Feuerball fliegt auf dich zu, das kannst du schlecht mit dem Schwert parieren. Und statt einem Rüstungswert hat man eine Magieresistenz. Soweit eigentlich ganz einfach. Natürlich können sich dabei dann die Probewerte, Modifikatoren und so weiter je nach Zauber etwas unterscheiden. Also ein einfacher Zauber hätte einen höheren Modifikator beziehungsweise einen niedrigeren Probewert als zum Beispiel ein sehr schwerer Zauber. Das heißt, irgendeinen kleinen Imp zu beschwören ist leichter als irgendeinen großen Erzdämon zu rufen. Das ist aber eigentlich auch klar. Jetzt kommen wir zu den komplizierteren Vs. Unter die komplizierteren Vs fällt auch die Zauberauswahl. Hierbei gibt es im Grunde zwei große Möglichkeiten. Das eine wäre, jedes System hat vorgefertigte Zauber. Das ist zum Beispiel bei DSA so, bei Dungeons & Dragons, bei Pathfinder und bei so gut wie allen Anglern, die ich kenne. Und diese vorgefertigten Zauber sind in Listen. Das heißt, man schlägt das Ding auf und sieht dann, ja, ich habe hier die Magic Missile, die macht W4 magischen Schaden auf der und der Reichweite für die und die Mana kosten. Es gibt diese Rettungswürfe, es gibt dies und das und jenes beim Zauber. Dann blättert man ein paar Seiten weiter. Ja, hier ist Versteinern. Ich kann das auf ein Ziel in der und der Reichweite. Das hält so und so viele Runden, hat den und den Effekt. Es gibt diese und diese Rettungswürfe und so weiter. Das heißt, man hat die Zauber festgelegt. Es ist höchstwahrscheinlich ausbalanciert, zumindest nach der Beta-Phase. Und es ist klar, welcher Zauberer was kann. Und jetzt kommen wir zur Anglernmöglichkeit. Zauber zum Selberschnitzen. Das haben wir zum einen in Savage Worlds und zum anderen in GURPS, wenn auch in beiden recht verschieden. Die Grundmechanik ist folgende. Wir haben einen Grundzauber, der als Schablone für andere Zauber dient. Nehmen wir mal einfach an, wir haben eine Schablone, die sich Geschosszauber nennt. Wir haben eine Reichweite von 5 bis 15 Metern. Eine Wirkung von W4 bis W8. Und verschiedene Schadensarten, die wir wählen können. Dazu kriegen wir eine formschöne Mana-Kostentabelle. Das heißt, diese Mana-Kostentabelle beinhaltet Werte für die Reichweite und Werte für die Wirkung. Wenn wir zum Beispiel eine Reichweite von 5 Meter haben, kostet uns das 1 Mana-Punkt. Eine Reichweite von 10 Metern wäre 2 Mana-Punkte. Und eine Reichweite von 15 Metern wäre 3 Mana-Punkte. Dasselbe bei der Wirkung. Ein W4 wäre 1 Mana-Punkt. Ein W6 wäre 2 Mana-Punkte. Ein W8 wäre 3 Mana-Punkte. Also können wir dann unsere Zauber lustig durchkalibrieren und sagen, ja, wir möchten diesen Feuerball mit einer Reichweite von 5 Metern, einer Wirkung von W6. Dann rechnen wir zusammen. Ja, wir haben eine Reichweite von 5 Metern. Das ist ein Mana-Punkt. Eine Wirkung von W6. Das sind 2 Mana-Punkte. Feuer hat keinen Zusatzkosten. Also sind wir herrlicherweise bei 3 Mana-Punkten. Und so kann man sich verschiedene Zauber zusammenkloppen. Das Problem bei diesem System ist, dass desto genauer das Magie-System funktioniert, desto länger dauert das Ganze. Wenn wir also noch Parameter festlegen für die anhaltende Dauer eines Zaubers, für den Schwierigkeitswert und für Frag mich nicht noch was und dann meinetwegen noch für die verschiedenen Schadensarten und anhaltende Wirkungen usw. und sofort verschiedene Kosten festlegen, dann kann es schon mal so 20-30 Minuten dauern, sich einen Zauber zu machen. Das heißt, wenn ihr so etwas macht, solltet ihr dieses Ganze nach Möglichkeit, ich sag mal, simpel halten. Nachdem jetzt feststeht, welche Zauber es gibt, sollten wir festlegen, wie die Zauber gewirkt werden können. Es gibt hier im Grunde zwei Arten. Das erste wäre das, ich nenne es mal, Spam-System. Das funktioniert wie folgt. Jeder Zauberer hat jeden Zauber, den er gelernt hat, sozusagen in einer Schnellleiste und kann diesen Zauber anwenden. Allerdings hat jeder Zauber einen Cooldown. Das Problem dabei ist, dass Magier, sobald sie ein paar Zauber können, abwechselnd Feuerbälle, Blitze und Eisstacheln durch die Gegend schießen werden. Um halt die Cooldowns auszugleichen. Ich werfe einen Feuerball, habe zwei Runden Cooldown, ich werfe einen Blitz, habe drei Runden Cooldown, werfe einen Eisstachel, zwei Runden Cooldown, ich werfe den Feuerball, weil der Feuerball ist wieder ready. Ich werfe dann noch irgendeinen anderen Feuerzauber hinterher, dann ist der Blitz wieder ready und so weiter. Das heißt im Grunde, die Magier spammen verschiedene Zauber so lange, bis ihre Mana-Punkte auf Null sind und warten, bis sich die Mana-Punkte regenerieren. Und da sind wir auch schon beim Knackpunkt, wie man das Ganze sehr schön balancen könnte. Wenn du in DSA ein Magier spielst, ist es scheißegal, wie viele Zauber du beherrschst und wie gut du das kannst. Deine Mana-Punkte regenerieren sich extrem langsam. Nachdem du zwei, drei Feuerbälle geworfen hast, sitzt du an der Seitenlinie und darfst mit deinem Stock zuhauen. Das war's. Das heißt, Magier müssen sich in dem System, obwohl sie jederzeit Zauber spammen könnten, sehr gut einteilen, was sie machen. Weil ihre Mana-Punkte sehr langsam regenerieren. Das andere System, das ich vorstellen möchte, hat im Grunde die andere Art des Balancings gewählt. Sie hat die, in Anführungsstrichen, Cooldown-Zeit erhöht. Das hier wäre das Auswahlsystem. Das Auswahlsystem funktioniert wie folgt. Man hat einen Magier einer bestimmten Stufe und dieser Magier kann sich eine bestimmte Anzahl an Zaubern einprägen. Ein Magier der Stufe 1 beispielsweise kann sich einen Stufe 1 Zauber einprägen. Ein Magier der Stufe 2 kann sich zwei Stufe 1 Zauber einprägen. Ein Magier der Stufe 3 kann sich drei Stufe 1 Zauber und ein Stufe 2 Zauber einprägen und so weiter. Das heißt, desto mehr Zauber sich ein Magier einprägen kann, desto mehr Zauber kann er auch sprechen. Allerdings sind das auch alle Zauber, die er an diesem Tag benutzen kann. Das heißt, wenn ich mir meinetwegen drei Zauber merken kann, Person bezaubern, Schlaf und Magic Missile, kann ich eine Magic Missile verschließen, einmal einen Schlafzauber werken und einmal eine Person bezaubern. Danach kann ich nichts mehr machen. Das heißt, ich kann jeden Zauber, den ich beeingeprägt habe, nur einmal an diesem Tag einsetzen. Ich muss also erstens meine Zauber, die ich mir einpräge, mit Bedacht wählen und zum anderen muss ich behutsam mit meinen Zaubern umgehen. Es ist relativ egal, wie viele Mana Punkte ich habe, wenn ich einen Zauber gesprochen habe, ist er weg. Allerdings kann man das Ganze auch etwas ausbalancen. Man kann nämlich beide Systeme vereinen. Ihr wisst noch, beim ersten System kann man jeden Zauber, den man kennt, beliebig oft einsetzen. Man hat einfach nur Cooldown. Bei dem Lagerungssystem hat man das so, dass man sich Zauber einprägt, diese aber nur einmal am Tag nutzen kann. Wenn man also sagt, man muss sich Zauber einprägen und hat einen Cooldown auf den jeweiligen Zaubern, der Cooldown sollte dann auf ein paar Runden angesetzt werden, man kann nicht sagen, nächste Runde ist das Ding wieder ready und dann spendet man in der Gegend rum, kann man beides sozusagen zusammenbasteln. Das heißt, ich setze einen Zauber ein, Kazam und innerhalb von vier Runden kann ich denselben Zauber noch einmal einsetzen. Das könnte bei High-Level-Magiern auch wieder zu Spam führen, aber High-Level-Magier können Erzdämonen beschwören und die Erde aufreißen. Ich glaube, da ist kleinere Zauber zu spammen nicht so das Problem. Und natürlich kann man hier auch wieder viele schöne Sonderfertigkeiten reinbringen, wie zum Beispiel die Regenerationszeit zu verlangsamen, Mana-Kosten zu senken oder was weiß ich was. Da habt ihr freie Auswahl. Das Warum ist eine sehr interessante Frage und es läuft eigentlich immer auf zwei Sachen raus. Erstens, woher kommt die Energie? Und zweitens, wie wird diese Energie katalysiert? Wir haben das zum Beispiel in Harry Potter, wo das Woher kommt die Energie mit magischem Blut erklärt wird? Und das Wie wird es katalysiert mit den übrigen Schwupsen und Wedeln des Zauberstabs mit dazu passenden Worten? Bei die Elder Scrolls hat einfach jede angeborene magische Fähigkeiten. Warum, weiß man nicht genau, aber hey, es funktioniert. Und das Ganze wird katalysiert durch bestimmte Handbewegungen und, ich glaube, Gedankenkraft. Bei Bioshock beispielsweise, ja, Bioshock hat auch ein Magiesystem, kommt die Magie von Eve, also diesen schönen blauen Spritzen, die man sich in den Arm rammt aus unerfindlichen Gründen, und das Ganze wird katalysiert durch die Plasmide, die man findet. Das heißt, man hat zum Beispiel das Feuerplasmid und kann dann die Eve-Energie, die man hat, verwenden, um Feuerbälle zu werfen. Man kann zum Beispiel auch einen Pakt mit einem Dämon eingegangen sein, um magische Kräfte zu kriegen oder irgendwelchen göttlichen Beistand haben, oder man findet einfach irgendeine magische Quelle. Ein göttlicher Beistand oder ein Dämon würde sogar noch erklären, woher das ganze Wissen kommt, weil, wenn man seine Seele verkauft, sollte da nicht nur ein bisschen Mana drin sein, sondern auch noch geheimes Böses Wissen, würde ich zumindest mal von ausgehen. Und ein Gott wird nicht irgendeinen Champion ernennen, um dann zu sagen, mach den Scheiß doch alleine, du Demlack. Bei einem magischen Gegenstand müsste man dann halt wieder auf das Wutschen und Wedeln oder auf Handbewegung und Willenskraft zurückgehen. Ihr merkt, das Ganze ist recht, recht ausgebreitet und das Video geht schon etwas länger als 13 Minuten. Und da wir gerade so passend hier sind, möchte ich jetzt etwas tun, was mir sehr am Herzen liegt. Ich werde jetzt den Platz in der deutschen Rollenspiel-Community einnehmen, der mir gebührt. Dazu brauche ich nur kurz mein kleines Zauberbuch. Da ist die Seite, perfekt. Und meine Manticore-Kralle. So, nachdem wir es abgeschlossen haben, kurz zur Erklärung. Ich habe mir ein kleines, passendes, sinkendes Schiff gekapert und gerade die Horden der Hölle beschworen. Genauer, Untote. Ich habe eine kleine Untote-Band, natürlich mit Untoter Céline Dion. So, mitgebracht habe ich mir hier ein Stück Butter und natürlich habe ich auch einen Untoten-Bread-Pitt. Endlich werde ich meine Akt-Bilder in Butter einreichen können. So, nachdem wir in meinem Wahnsinn jetzt Genüge getan haben, du zeichne!